Guten Morgen, guten Morgen, ihr Hübschen und willkommen zum 29.12. Wir sind heute und morgen noch in der Skorpionenergie, die Schlange, und haben als Tagesenergie dazu den Baum. 29 und 12, 41, 5, der Baum. Ja, worum geht es da? Es geht um Hilfe. Hilfe, wo man sich auf dem Lebensweg, der Baum steht für den Lebensweg unter anderem, wo man sich auf dem Lebensweg verirrt hat, wo man in einer Karma-Schleife sitzt, da bekommt man Hilfe, Unterstützung, da mal irgendwie klar die Wiederholungen zu erkennen. Ob das nun von einer, das ist in der Kombination, ist das auch so eine reife, gestandene Frau mit viel Lebenserfahrung, ist, die ein, den einen oder anderen Hinweis heute gibt, so nach dem Motto, Mensch, irgendwie passiert dir das ja immer wieder. Hast du schon mal überlegt, ob? Oder ob das 5 und 7 ist 12, sind wir wieder bei den Vögeln, sind wir wieder beim Uranus. Uranus-Orakel habt ihr in der Infobox, ja, beziehungsweise als Kanalmitglied zugesandt bekommen. Ob das eine Eingebung ist, ja, von jemandem, der den Weg kreuzt, ja, den man hier im Labyrinth trifft, ne, und der einen dann so dezent darauf hinweist, hier, guck mal, ne, da hätten wir das Exit-Shield, ja, hier wäre der Ausgang. Irgendwie gibt es Unterstützung, eine Wahrheit zu erkennen, ja, da, wo man sich die ganze Zeit verirrt hat, ja, verrannt hat, wo man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, da gibt es heute den ein oder anderen Impuls. und es geht, ja, da gibt es Gespräche über den weiteren Lebensweg, ja, es gibt Zukunftspläne, über Zukunft sprechen, Entscheidungen. Ja, es ist auch wieder so eine typische Jahresendenergie, ja, vielleicht geht es auch nur darum, wie planen wir das nächste Jahr, das werdet ihr selber viel besser wissen, ja, aber es gibt hier Gespräche darüber, wo man im Leben nicht weiterkommt, ja, wo ein Urgarten angezeigt ist, und da gibt es Unterstützung von oben, ne, das ein oder andere Puzzlestück, was einen Ausgang anzeigt. Wir gucken mal rein, was wir noch dazu bekommen können. Ja, vielleicht, ne, hat man sich auch die ganze Zeit weiter in diesem Urgarten bewegt, ne, weil die Wahrheit, ähm, zwar heilt, aber erst mal wehtut, ne, erst mal eine bittere Erkenntnis ist, und deswegen guckt man da nicht hin. Aber die Wahrheit ist am Ende immer das, was heilt, ne, und was man, die man dann auch braucht, mit der man sich auch verwurzeln muss, ne, damit man hier auf die nächste Ebene, die nächste Stufe kommt, ne. Ich habe gestern schon mal Monatsorakel Januar für die Feuerzeichen gedreht. Ihr wisst, die Monatsorakel gehen immer an die Kanalmitglieder, ne. Und da ging es auch darum, dass etwas, was die ganze Zeit im Verborgenen lag, ja, jetzt gelüftet wird, ne, an die Oberfläche kommt. Wieso, weshalb, warum? Ja, weil es ansonsten einfach nicht weitergeht, ja. Und das ist so die Energie, die ich hier habe. Ne, ähm, Erkenntnis, hier, Turm des Aufstiegs wieder, ne. Ne, ne, eine Erkenntnis, ja, die es einem möglich macht, mal, ähm, den Blick aufs große Ganze zu werfen. Wo hat man sich verrannt? Wo hat man sich verirrt, ne? Wo will man nicht hingucken? Ja, und dabei gibt es Unterstützung. Ein Ausgang, ein Exit-Schild. Ja, wie ich ja gesagt, ne, kommt von außen der Impuls. Ja, schaut, ne, dass es auf euch zukommt. Auf euch zukommt. Hier, schaut mal. Das Neue, ne. Das Neue. Was, was, was muss anders sein, ja? Wo ist der Ausgang? Wie sieht, äh, das nächste Jahr aus, ne? Was ist, ähm, der, die weitere Lebensplanung? Drehen wir uns hier weiter im Kreis, ne? Ja, oder wählt dann jetzt doch einer? Heute ist auch, äh, sehe ich gerade. Heute ist auch da. Tag der Ariadne. Ariadne-Channeling habt ihr in der Infobox. Und was hat Ariadne gesagt im Channeling? Der Weg führt da durch, ne? Und nicht daran vorbei. Sonst eiert man die ganze Zeit im Kreis. Und jetzt haben wir hier so, ähm, das Außen, ja? Was sich, ähm, wer das auch immer ist, ja? Ob das jetzt ein Vorgesetzter, ein Kollege, ein Partner, ihr wisst, ne? Seelenfamilie ist, groß ist. Ähm, der, die das sich für die Zukunft, für den weiteren Lebensweg, für die Lebensplanung, äh, hier nicht nochmal eine Runde drin rumeiern will. Ja, hier stellt sich jemand jetzt etwas anders vor, möchte etwas neu, möchte etwas anders, möchte einen Ausgang haben. Und, äh, deshalb kommen da Entscheidungen, Besprechungen, Zukunftspläne, ja? Auf euch zu. Ja, hier, ich sag gerade doch, ne? Entscheidungen, Besprechungen, Zukunftspläne, komm, hier ist alles auf euch zukommt. Ja. Okay, ja, dann, äh, kann ich euch da nichts weiter mitgeben, ne? Weil, dass das alles auf euch zukommt, wie gesagt. Es ist aber hilfreich, ja? Es ist wirklich hilfreich, um, also es ist wichtig, eine Tatsache ins Auge zu sehen und hilfreich, ja? Ja, weil, ähm, das heilt Karma, das heilt Verstrickungen, es hilft, sich aus einem alten, ähm, Muster rauszubewegen, es hilft, dass das Neue auf einen zukommen kann und, ähm, da kommen jetzt, äh, dementsprechende Gespräche, Impulse in eure Richtung. Also, kann ich euch nur mitgeben, seid offen, hört gut zu und wählt den Ausweg. Und ansonsten hören wir dann morgen wieder mit einem neuen Tagesimpuls. Bis dann, Soham.